Ich zock mich mit Patrick allein. Warum? Oh Scheiße das. Warum einen Husten machen? Nein, ich mache eine Kellungsstelle. Was laberst du? Ich habe auch Hunger. Ja, dann macht euch doch gerade zuerst. Ich bin gerade am Stream. Digga, jetzt guck dir keinen schon zu Patrick. Ja, ist mir egal. Ja, ich will mir aber schön alter Bratwurst und Brötchen machen. Dann macht ihr doch. Ja, nee. Das wird lange dauern. Wie lange wird? Mal fang ein YouTube-Video an und dann... Eine halbe Stunde. Ja, mach doch. Ja, nee, dann kann ich ja direkt aufgehen. Ja, mach doch. Eine halbe Stunde machen, seinen Drecks-Torn an für eine halbe Stunde. Ach stimmt, hier vor einem Jahr. Ist ja alles noch öffentlich. Okay, ich habe 5 Euro. Hast du da nicht alle rockbar gewonnen? Das war, als wir zusammen gespielt haben. Was haben wir nochmal gezockt? Cold War. Ach schon, was war das später? Heute war ja Bundesliga, ne? Ja. Ja. Oh, ich habe für Freiburg getippt. Lichtig. Oh, ich habe sogar 1-0 getippt, Digga. Ich bin ein krasses Zimmer gerockt. Boah, wie gut. Ich war bei Encounter. Nein, also ich gucke mir das gerade an, Alter. Nein, also ich gucke mir das gerade an, Alter. Okay, da habe ich auch's befamed. Habe ich ohne Ton gespielt? Also ohne Audio? Eigentlich nicht, vielleicht war das unser salziger Tag. Boah, Alter, was ist ein Echo? Gesundheit. Nein. Nein, 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 nein. Seitdem ich mit YouTube aufgehört habe, habe ich vor 3 Jahren gestreamt und vor 1 Jahr und nochmal vor 1 Jahr. Seitdem ich mit YouTube... Hast du überhaupt nicht angefangen? Nachdem ich aufgehört habe. Mein erfolgreichstes Video. Mein erfolgreichstes Video, wie viele Aufrufe? 1.000. Bei dir, Andi? 1.800. 1.596, ich gehe auf die 1.600 zu. Was habe ich da gezockt? FIFA 16 Demo. Wo kann ich jetzt gucken, wo ich mein 5 Euro freie Ding habe? Das ist, wenn du die Wette gemacht hast. Ja, steht da nur Gesamteinsatz, 5 Euro. Aber nirgends wo vorne ein Ding ist. Doch, eigentlich müsste da unten stehen. 5 Euro Gratiswette. Hast du die denn schon eingesammelt? Ja, also... Also in der App war nix, aber in meiner E-Mail... ...dings... ...habe ich mich angemeldet. Oder auch bestätigt. Bist du schwer? Ja. Schick mir mal nen Screenshot. Warte, ich meld mich aber nochmal an. Ah, crazy! Crazy Also zocken wir jetzt, oder wie sieht das aus? Es ist wie... Ja mach dir doch ein Drittchen Nee, ich hab zwei Zuschauer Läuft jetzt schon mal besser als auf Twitch Wir haben das Spiel grad ne Runde Okay Ich bin grad in den Handyspiel dran Jetzt schon erfolgreicher Abend Oder ist das einer von euch? Nein Einfach Tipico Wir werden's halten Mach's screenshot Ich hab ein E-Mail bekommen von Tipico Danke für deine Anmeldung zum Tipo SMS Service Damit ist dein Konto noch sicherer und du verpasst keine wichtigen Infos Ja... Bist du auch angemeldet? Ja... Oh Mann Ja, Idiot Durch Internet anmelden? Das hab ich keinem da anmelden Und wenn's mit YouTube nicht läuft, streame ich einfach über Facebook Nigger Nigger Was? Was? Bist du auch nicht? Ich bin so aufgeregt? Du streamst grad über YouTube? Ja Wie das denn? Du hast ja die Möglichkeit über YouTube oder Twitch zu streamen Auch auf die Playstation Anmelden Registrieren muss ich mich, ne? Anmelden oder Registrieren? Anmelden Anmelden Folgt die mir noch überhaupt über Facebook? Öh Über YouTube Anmelden Anmelden Ja, aber lang nicht mehr über YouTube Aber woher habt ihr keine Benachrichtungen bekommen? Auf der kleinen Ich muss gucken mit welchem Account ich dir gefolgt hab Ich hoffe jetzt mit dem neuen Nein ich hoffe nicht Warum? Ich konnte mein Handy spielen er ist typico mit groß und mit nummer großbuchstabe und zahlen nein chat wir sind nicht spielsüchtig jetzt musst du deine gratis besuchen deine 30 tage übersehe ich 1 satz 4 euro gewinn verlust wie fahrst du noch 6 euro 16 16 wie fahrst du denn aufgeladen ach so du hast ja links abbekommen der bonus ich habe mich nicht angemeldet du musst dich bei der tippico ab erinnern ich kann gleich über mein fake account reingehen hat man youtube fake account nein also mehrere accounts ach damit du die abonnenten holst die abonnenten nicht aber aufrufe abonnenten 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 wird blamer abonnenten bei abonnenten abonnenten Hast du gesteht da 5€ Wette? Gratiswette Oder ist das so eine Gratiswette, wo du Geld aber vorher aufladen musst? Nein Das war eine hatte ich mal gehabt Ich hab nur 5€ Gratiswette gelesen Gratiswette, abstauschen Nichts verpassen Habt ihr gesehen? Erster Kill schon? Nein, dann bis Sonntag anmelden und am Montag eine 5€ Gratiswette Damit sicherst du eine alte Alkohol und verpasst keine Bonus an der Betrugedagse Die Anmeldung ist natürlich kostenlos und wir schicken dir maximal eine SMS Hast du eine SMS bekommen? Dann mach dir mal einen Schein Nein Das hab ich doch Doch da müsste eigentlich 5€ stehen Nein Wenn du runterscrollst Ja, ich kann ja alles sagen, was du rauskriegst Ja, ich kann ja alles sagen, was du rauskriegst Ach man, hier Das ist eigentlich die Bieter Das ist eigentlich die Bieter Das ist eigentlich die Bieter Ah, jetzt halt Ich hab keinen live bekommen, weil ich kein Internet anmacht Das ist eigentlich die Bieter Egal, ich mach ja so oder so scheinen Ja, aber spielt diese Runde, ich komm jetzt sofort Ich bin ja eh schon in der Runde Ich bin ja eh schon in der Runde Rainboarders Fortnite 49 49 Nein Guck mal, come nach Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Ich hab'n Cashout von 14,70 Euro verprägt. Das ist stark, Digga. Und ich kann morgen noch in Ruhe cashouten. Digga, seit wann gibt es Büffel im Game? Oh mein Gott, das ist ein riesen Wildschwein. Digga, die sind ja fetter geworden, viel größer und länger geworden. Ja. Digga, wie... Die einzige Mannschaft, die mir Sorgen macht, ist Sevilla. Der West? Leipzig, Wolfsburg, hab' ich auf Leipzig. Leeds ist mega gut drauf, hab' ich auf Leeds. Liverpool, City, Bayern, Arsenal, Dortmund, Leverkusen und United. Boah, Leipzig, Wolfsburg ist gefährlich. Heerlich. Ich hab' ja Zeit. Wenn Manuel jetzt morgen gewinnt, okay. Und dann kann ich mir noch auf Entspann angucken. Ne, Patrick, sorry, ich hab' ja Bock auf Fortnite. Egal, du könnt' gleich was anderes zocken. Dann kannst du auf Fortnite stehen. Kannst du auch mit Andy gleich auf Fortnite stehen. Ne, ich will nicht, dass du mich beladigst als eSportler. Okay, sorry, du eSportler, Digga. Ich hoffe, du guckst in meinen Stream und guckst, wie gut ich bin. Ne, grad nicht. Ich guck grad Formel 1. Das ist ja auch interessanter. Ey. Oh, jetzt noch ein 12 da. Ich guck grad. Ich guck grad. Ich guck grad. Ich guck grad. Emmett. Ich guck grad. Ich guck dir, ich guck grad. Ich guck, du wust. Ich guck grad. Ich guck grad. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das war's. Stargerundet. So, nicht anders. Dick, was kannst du dir? Kellogs. So, das war's. So, das war's. So. 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 Wenn wir was zusammen anzocken. Jason hat keinen Bock auf Fortnite. Das war's für heute. Ich muss kurz die Wäsche aufhängen. Jo. Ich muss kurz die Wäsche aufhängen. 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 Spielst du noch ne Runde, Patrick? Ich mach noch ne Runde. Ich muss kurz die Wäsche aufhängen. 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 So, jetzt haben wir ihn gewonnen, die Jungs. Für die Abos. Ich hoffe, du guckst meinen Stream, Andi. Ich gucke gerade auf YouTube. Ich gucke gerade auf YouTube. Was ist mit der Map passiert, wo Spinnnetze vorher waren? Das sieht ja komplett anders aus jetzt. Ich gucke gerade auf YouTube. Eins, jawohl. Genau das war schön. Ich gucke gerade auf YouTube. Oh, ich muss jetzt mal wissen, wo er kommt. Ich gucke gerade auf YouTube. 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 Und ich gucke gerade auf YouTube. Der hat einfach die Liedenschuhe Lass den noch Und 2. Kill die Jungs Er hat nur mit Pistole geschossen Jetzt nur? Er hat nur mit Pistole 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 Sehr wichtig Jungs Er hat nur mit Pistole 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 Ah wer Ok ganz wichtig kein Street sniper Oh ... Patrick? Ja. Achso. What is this one? No. Huh! What is this? 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 Why time? So, nächste Kill, keine Probleme. Was? Das war auch ein Bot. War es nicht. Halt's den Maul. Ich hab das sehr klug ausgespielt. Ja, ich hab die Tüfer drin. War das warf. W-L-D-E-V-L-A-D? Lass das mal an. Lass das mal an die Bissau-Buchstabian. W-L-A-D. 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 W-L-A-D-E-V-L-A-D. Ich hab auch geguckt. Der findet sich nicht, Andy. Echt nicht. Ach doch, Game Time. Mein Gott. Was ist denn? Nein, das ist nicht schön. Ich muss sagen, das dauert nicht so lange. Ich hab's nicht mehr gesehen, wie der hier. Oh, vier Zuschauer. Jetzt läuft's viel besser. Jetzt wollen wir was sehen, Patrick. Nein. Holt Patrick ihn? Nein. Ja. Ich zieh's den Baum noch weg. Patrick ist nervös Patrick ist nervös Boah Was hat der für Kicker Ja, voll die guten, oder? Der lag mit, oh komm Hä? Der lag doch nur Oh, komm Fangen wir dir Beischuss Ich bin einfach der Beste Ja Guck mal, der hat eine Krone, ne? Und der hat eine Krone gehabt Ja Stark geht's Ach das sind schon die letzten Gegner Ja Ah, jetzt wird's spannend hier Fünf Gegner, ne? Oh mein Oh mein Du bist so spleißig Gar nicht Gar nicht Die Gegner sind mega gut, alter Keine Ahnung was du hast Ja 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 Hinter die Patoi Schmerze Wo war der denn? Ja 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 Ich bin mal gespannt hier meine Freunde Drei Gegner Ja Manche einfachbar spannend Ja Ich bring noch mal blue life Ja Und die sag noch was? Was geht ab, Scherlokern oder 3-0, was geht am Start? 5 Sekunden Okay Verzögerung Ja ich bin der der den der 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 du der der oh mein gott hat der veraimt ja ich weiß und der heißt roten plays games ja passiert passiert doch mal dem besten und wie war die runde ich kann zum flüssel die panade dafür bin ich mir so wollen wir ein rainbow ein zwei runden ich streame das auch dann streamen wir beendet wir gehen rüber zum rainbow